Wir sind hier gerade im Judenviertel von Sevilla. Wir müssen uns jetzt gerade ein bisschen beeilen, weil wir uns jetzt zu lange hier in dem Laden aufgehalten haben und uns ein Letzten gekauft haben. Denn bei dem vielen Essen hier die ganze Woche über, müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht vollkleckern.